Willkommen liebe Athleten. Matze ist heute Vorturner. Hallo Matze. Matze macht heute Aufstehen aus der Rückenlage. Leg dich mal hin Matze. Matze liegt auf dieser Matte. Zeig euch mal, dass ihr das gut sehen könnt. Mit dem Hintern an der Kante. Die Matte dient dafür, dass ihr leichter aufstehen könnt. Die Profis können das quasi auch ganz ohne Matte machen. Der kleine Absatz hilft euch allerdings. So, Matze. Los geht's. Mach nochmal. Für alle, die das nicht gleich gesehen haben. Mach mal Arme lang. Mit den Armen könnt ihr Schwung holen. Und zum Schluss Einsprung. Wunderschön, wunderschön. Davon 10 bis 20 Wiederholungen. Und das Ganze 10 bis 20 Runden. Viel Spaß.